Musik Meine Herren, wir sind Zeugen einer gewaltigen biologischen Kettenreaktion. Einer unglaublichen Bedrohung der Lebewesen auf unserem Planeten. Alles begann so harmlos und alltäglich, dass zunächst niemand ein besonderes Ereignis darin sah. Sehen Sie mal da, voraus, zwei Strich Backbord. Behemoth, das feuerspeiende, alles vernichtende Ungeheuer einer biblischen Prophezeiung, vor dessen Todesstrahlen es keine Rettung gibt. Ein Untier aus vorsintflutlicher Zeit, von ungeheurer Kraft und bestialischer Wildheit, bedroht ganz London und schließlich die Welt. Wir müssen einen Weg finden, diese Bestie zu töten, bevor sie uns vernichtet. Immerhin besitzt sie eine Kraft, dass sie sie ohne weiteres mit einem Schlachtschiff aufnehmen kann. Aufgrund der immensen elektrischen Ladung hat es die Fähigkeit, Strahlen auszusenden. Das macht dieses Tier so gefährlich. Haben Sie Vorschläge, was wir tun sollen? Ja. Vor allem müssen Sie die Dämse blockieren. Die Dämse blockieren. Die Dämse blockieren. Sie sollen von den Dämse blockieren. Sie sollen sie nicht für die Dämse blockieren. Was sind sie im'. Sie sollen die Dämse blockieren. Sie sollen gesünderarten. Bezüиф incluzeit sind.